Your Highness, under your name, we will honor you from nowhere. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Victoria 3. Ja, wir müssen jetzt unbedingt mal hier schauen, das ist 26 Wochen, so lange will ich hier nicht mehr Schulden aufbauen. Wir haben auch schon wieder 35.000 Schulden, ok was haben wir überhaupt hier bei den, abgepinnt, ja da müssen wir mal hier reinschauen. Die atmosphärische Dampfmaschine aktiviert, ja das wäre schon gut. Aber da haben wir natürlich noch vier Wochen Zeit. Die Tuchfabriken wollen es auch noch. Ja, ist schon in Ordnung, sage ich mal. Die Waren, das nehmen wir mal hier weg. Achso. Nee. Okay. Egalitarismus freigeschaltet. Okay. Das hat man ja hier extra gewählt. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht mehr warum. Allgemein, das war recht. Okay. Jetzt würde ich sagen, lassen wir mal hier das noch 10 Tage laufen und dann schauen wir weiter. So, was wäre jetzt das nächste? Da hatte ich ja beim Militär hier Feldbefestigungen gewählt, weil da haben wir schon ein bisschen am Fortschritt. Okay. Das lassen wir jetzt mal laufen in ein paar Tagen und schauen wir mal, ob sie jetzt endlich dafür sind oder nicht. Dann wäre ich doch fürs allgemeine Wahlrecht. Aber wahrscheinlich. Okay. Realismus breitet sich aus. So, schauen wir mal. Okay. Zwielichtige Verbindungen. Okay. Was wollen die verdrossen über lange Gesetzgebung ist Julius Schautau, das Oberhaupt der Interessengruppe Intellektuale, mit einem Vorschlag an uns herangetreten. Der Prozess ließe sich beschleunigen, wenn er seine persönlichen Verbindungen an den Staatsapparat nutzt. Das wird halt dadurch nicht besser. Dann lassen wir noch eine Runde laufen. Wir stören halt die niedrigen Einnahmen hier. Okay. Revolution. 1,27 sind dafür. Dann würde ich sagen, dann können wir es nicht machen. Dann werden wir es nicht länger beschließen, wenn es hier so eine Revolution gleich gibt. Weil das ist trotzdem, das ist zu hart. Das ist zu hart. Dann schauen wir bei den Gesetzen rein. Und zwar geht es ja hier um die Wahlen. Grundbesitzerwahlen. Allgemeines Wahlrecht. Wer ist dafür? Gibt es auch wieder zwei, die dafür sind? Ja, auch wieder die Intellektuellen nur. Versuchen wir es. Versuchen wir es einfach. Okay. 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 Eieiei. Ja. Die wollen lieber das armen Gesetz. Hm. Dann machen wir das auch. Okay. Das armen Gesetz. Wo ist das drin? Wo ist das drin? Wir beugen uns. Schauen wir mal hier. Armen Gesetz. Kostet natürlich. Aber was tut man nicht alles, wenn die meisten hier dafür sind? Okay. In Schwedische Kamerung sind die Hälfte total arm. Ja, wundere mich aber nicht. Okay. Ich kolonisier, der da auch noch, bis wir das komplett haben. So, jetzt sind wir dann gleich wieder im Plus. Okay. Schauen wir mal auf die Gebäude. Ich würde zu gern dann als nächstes die Eisenbahn fertig bauen. Ich glaube das ist schon wichtig. Hier sind wir auch jetzt mit der Bürokratie wieder im Plus. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Zuckerplantagen. Komma hier. Ja, Zucker ist sowieso ultra billig. Ich weiß nicht was die wollen. Darum die jetzt schon wieder Zuckerplantagen bauen. Okay. Da würde ich auf jeden Fall mal sagen, da warten wir noch. Da warten wir noch etwas, bis wir hier jetzt weiter starten. Und schauen uns mal den Rest an. Wie ist es überhaupt jetzt mit dem blöden Arm angesetzt? Okay. Aber niemand wird es blockieren. Ja. Die Herumtreiber und Bettler von Straßen und in unsere Arbeitshäuser zu holen, lohnt sich auf jeden Fall. Okay. Was ist da? Zuvor Knappheit. Von Motoren. Okay. Ja, Motoren. Schauen wir doch mal, bahnen wir denn. Oder haben wir es in Planung? Haben wir noch nicht in Planung. Äh. Eisenminen machen wir ja. Dann könnten wir doch mal sagen. Motorenwerke. Okay. Weil wir haben keine. Könnten wir hier auch nochmal zwei in Auftrag geben. Aber ist natürlich einigermaßen witzlos, solange wir hier so in den Miesen sind. So. Schauen wir mal hier rein beim Markt. Okay. Mit Importnachfrage. Ja. Was ist denn mit den Motoren? Das ist ja, weil die jetzt so teuer geworden sind. Da geht es jetzt. Ja. Bei 23 Radikalität. Bei 0. Okay. Feldbefestigung. Dann haben wir das schon mal. Dann brauchen sie sich nicht beschweren. Dann haben wir ein bisschen was auch fürs Militär getan. dann fraktioniert die Destillation. Okay. Das machen wir als nächstes. Sollte auch relativ schnell gehen. Ähm. Motoren haben wir gesagt. Motoren. Wie kann man jetzt hier genau beim Markt. kann man die importieren ja relativ teuer wir wollen eigentlich hier nicht noch mehr in die miesen rauschen kann man jetzt höchstens wenn wir wieder zu schalten höchstens 45 wochen hier weiter bauen also wir sind ja hier auf seite 2 doch war schon wo ist denn die eisenbahn abgeblieben sogar bloß zwei wochen granatkanonen so wie schaut es jetzt da aus da geht es jetzt hoffentlich dann gleich weiter und ich schätze mal das armen gesetz wird durchgehen weil niemand dagegen ist die eisenbahn ist als nächstes das wäre schon mal sehr sehr gut würde ich sagen dann kommt der transporte wieder ein bisserl in gang das können wir dann hier okay glaubens häuser die aussicht dass arbeitshäuser religionsunterricht in ihren würden mit 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 einbezieht hat den wert eines vorgeschlagenen armen gesetzes bei der interessegruppe kirche von schweden steigen lassen ja wer versprach säkulare arbeitshäuser wir wollen hier nicht unbedingt dass die kirche hier um die mitrede steigt der erlassungs chance auch um zehn prozent setzt auf 56 prozent gestiegen ok wollen wir natürlich nicht und jetzt eigentlich noch eine woche dann ist die kohle schon wieder fuß die kohle ist schon wieder weg das ist natürlich schlecht wir könnten jetzt einfach mal auch sagen auch ist ja egal weil spielt ja eigentlich keine rolle und man kennt ja wir steigen die schulden die kreditschwelle die kreditschwelle sind 3,48 millionen so kann man natürlich sehenden augen in den untergang reiner rennen aber wir müssen einfach hier dran bleiben es hilft nichts ok da kann man jetzt die kaffee plantagen kaffee sinkt im wert wird in schweden jetzt auch sehr sehr gern genommen stürmer gerade fest in zwei wochen wird es auch verbessert bahn transport transport brauchen wir schon mal tausend leute weniger da sind wir noch nicht so weit müssen wir bei straßen kaum bleiben ok genau da steigt ja praktisch der preis oder ist gestiegen genau jetzt geht er wieder ein bisserl nach unten weil wir ja mehr kaffee herstellen das war noch dass die woche hier laufen so schau mal ok man sieht hier ist verbessert sich langsam aber sicher ja die wollen jetzt auch eisenbahn ja gut brauchen wir nicht machen eisenbahn ins kanne hat man die hier geht land ja genau so zehn wochen noch dann kann man in goethe land unsere erste eisenbahn starten ja weil die transportpreise steigen immer mehr und da ist es dann schon gut wenn man mal hier eine eisenbahn hat brauchen wir einfach hilft nichts der bibs sinkt etwas jetzt sind wir auch hier auf platz drei gesunken es ist auch zu blöd und motoren natürlich das ist klar jetzt könnten wir vielleicht mal holen wir uns motoren und vielleicht bringt es ein bisserl was schauen wir auf den markt ok kleidung schauen wir uns noch ein bisschen mit an artillerie ist auch sehr sehr teuer geworden da können wir uns was anderes holen das werfen wir raus das werfen wir raus ist vorangekommen ok kohle 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 müssen wir uns auch mal holen sowas brauchen wir noch schauen wir noch mal zu dem motor dass wir sonst municipality geben schau es überhaupt aus mit der luxus kleidung könnten wir auch von den preußen uns biss es holen prußerin Sollen wir hier schon noch mal ein bisschen drauf, nehmen wir raus, müssen wir immer hier ein bisschen hin und her switchen. Ah, jetzt kommt gleich die Eisenbahn, da bin ich ja jetzt schon gespannt, wird vielleicht am Anfang noch nicht den Riesenerfolg bringen, Goethe-Land, okay. Genau, weil Motoren natürlich auch noch sehr, sehr teuer sind, gehen wir mal hier ein bisschen nach unten, Motorenwerke, Motorenwerke, müsst ihr einfach alles bauen können. Okay, aber ich meine, es hilft nichts, Motoren brauchen wir auf jeden Fall auch, aber dadurch ist natürlich jetzt, so schauen wir mal, okay, die Eisenbahn relativ teuer, können wir mal subventionieren, ach so, so wird es subventioniert. Jetzt schauen wir mal hier, Goethe-Land, welche Gebäude das eventuell hier unterstützt werden könnten. Also, die Eisenminen vielleicht. Okay, dann brauchen wir 3000 Leute weniger. Da kann man wieder ein bisschen ins Plus, das ist nicht schlecht. Was ist hier los? Ja, Motoren, wissen wir, das wissen wir. So, was könnte man hier noch machen? Holzfällerlager. Transport wird natürlich teuer, aber 8000 Leute weniger. Okay. Ja, 50 brauchen wir natürlich für Transport. Das ist, das ist, das ist too much. Das ist too much. Braucht natürlich dann auch, genau, weil dann würde das zu teuer werden. Wird das zu teuer werden. Schauen wir jetzt mal hier rein. Ja, müssen wir ein bisschen unterstützen, aber das ist halb so wild. Jedenfalls haben wir viel, viel zu wenig Transport. Okay, da brauchen wir so ein bisschen mehr. Okay, ja, das wäre schon mal gut. Das wäre schon mal gut, aber dann brauchen wir wieder mehr Kohle. Warenersatz, ja. Ja, 50 glaube ich ist das so Abmimmungen. Ja, in Goethe-Land sind wir jetzt im grünen Bereich. Ja, aber egal, ich stoppe hier mal. Man sieht schon, man kann sich kaum losreißen. Es fasziniert einfach, so einfach, es fasziniert einfach, so einfach ist es. Man ist immer wieder dabei, dort was zu verbessern, da was zu verbessern, hier zu schauen, da zu schauen. Und dann werden wir es hier sehen. Und da war das natürlich auch wichtig, dass die hier Eisenbahn bauen. Weil dann wird der Transport wieder etwas künstlicher. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.